Nisa! Nisa! Du musst gegen Riesing! Du musst gegen Riesing! Riesing? Riesing! 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 Du musst gegen Riesing! Hast du was vor? Jetzt kann mir mein Freund hier! Sollen wir eine Runde machen? So eine richtige Gangsterbeet? Genau! Warte, 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 warte! Okay! Unsere richtig böse Location, wo man nicht hin darf! Ich brauche! Gehen wir da, ne? Gehen wir da! Wir gehen da, ne? Wir gehen da, wir gehen da! Ich geh da! Wir gehen da! Klamm wird die Schavel eröffnet, ist Klaas Rising immer schiert, Mann! Doch beim fünften Turnier kennt dich trotzdem einfach niemand! Alter Mann, bei dir lässt man keine Kinder alleine und dein Rap ist wie dein Scheiß, doch das bleibt immer das Gleiche! Aber trotzdem bist du ne übelste Gangster, yeah! Dort dein Turnier läuft immer schlecht, das ist von Männer, ey! Zu dir Marvin, Peter, aka Rising, mein Gegner, als ich deine Quali sah, dachte ich mir scheiße, kein Neger! Ich finde Rising echt scheiße, Standard, langweilig! Ich brauche nur eine Part und Schieben, ich bastere bei Seite, ziehe dich ab, man, du teilst es, liege und steige übersteigend! So ne Brille im Video, der meint es ernst, doch wenn ich das so sehe, fällt mir das ernst, bleiben schwer! Rising wird besiegt vom sehr kleinen Zwerg! Wieso hast du Merch, ist das nicht übertrieben? Ich kauf mir aus Mittler erst mal ein T-Shirt, du geldgeiles Pippchen, ich zehrteile deine Füße, ist im Klaue mir ein Stück von dir! Für meine Missgeburt, während du einer Oma über die Straße hilfst, bin ich der Typ, der dir in den Garten pisst? Im Kinderzimmer dreht der Peter seinen Fidget Spinner, die Antwort auf eure Frage, ja, der ist behindert! Ich bin Spiderman, du bist einfach wack, ich habe Drogen genommen und das zeigt sich jetzt, du bist Ant-Man, keine große Sache, jetzt mal ehrlich, man sollte das mit den Drogen lassen! Ich bin wie Mantis, ich nehme Gehfühle wahr, Marvin weint doch nicht, es ist noch genügend Platz, in anderen Turnieren, wo du verlieren kannst, um dich zu beweisen als perfider Spaß! Bloß keinen langen Stock und das sogar Altgut, wärst du Iron Man, hättest du den rosa Anzug, ich ficke dich blöd mal direkt in den Armus und dein Waffen in deinem Flow! Expelliamos Marvin, wir beide sind vom Sternzeichen Fische, während du geangelt wirst, bin ich der weiße Hai! Ich bin einfach der Geilste und werde dich hier nicht tun und Spaß und mache den 19. März zu deinem Todestag! Oh ne Kacke! Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern! Hä? Hä bist du? Ist das Video gut geworden? Ja man, voll Gangster, Gangster so kaputt, kaputt Haus und so! Apropos, haben wir nen Gangster-Beep benutzt? Ja man! Ja man! Haben wir nen richtigen Gangster-Beep benutzt? Ja man! Der war bestimmt von Vendetta, oder? Nein! Tageă! He немножit! Hvad Tot? Mann? Mann? Were they here? Hvad Hahaha! Nein! Was sieяв ... it readersum? Hm? W�심. Vielen Dank.